Dieser Säbel gehörte dem französischen General Joseph Nicolas Neuilbry, der von 1783 bis 1851 lebte. Die Klinge ist sehr breit gestaltet mit einem T-förmigen Profil, das für zusätzliche Stabilität sorgte. Der Name des Trägers erscheint hier als Ätzung. Auf der Terz-Seite und auf der Quartz-Seite die Devise liberté ordre publique. Der reich verzierte Griff aus vergoldetem Messing zeigt das Hahnensymbol der Herrschaft König Louis Philipps, der von 1830 bis 1848 regierte. Und der Träger dieses prunkvollen Säbels war in dieser Zeit als Kavallerieoberst in Algerien stationiert als Kommandant einer Küstenstadt. Und er wird diesen Säbel wahrscheinlich in dieser Dienstzeit eventuell als Abschiedsgeschenk erhalten haben. Es handelt sich hier um ein wirklich herausragend verziertes Objekt, zu dem die Geschichte des Trägers bis im Detail überliefert ist, was sehr selten ist. Unter anderem, dass dieser General auch in den napoleonischen Kriegen diente und nach der Schlacht bei Eilau 1807 von Napoleon Bonaparte persönlich mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet wurde. Unter anderem, dass dieser Säbel der Laufbahnverstelle ist, die drei Punkte zu earlier gibt. unfortunately, es ist ein undkanniges Video zu dem, bis zum Wind. Der Wertverstand wird in der Nähellenна suka.